Ich habe auf jeden Fall zwei linke Beine, zwei linke Füße und zwei linke Gehirnzellen. Die Mutter, die saß da mit Venen. Venen. Eveline! Was? Ich hab's grad gedacht. Leute, was sind das für Stückchen hier drin? Warte mal, jetzt hört's aber wirklich auf. Was ist das? Lecker, oder? Können wir kurz Pause machen? Hast du reingeschoben, Vanessa? Ja. Aber bitte keine Slow Emojis, ja? Slow was? Slow Emojis, nennt man das so? Slow Motion. Genau. Slow Motion. Ich mach heute mal ne richtige Markus-Lanz-Moderation. Achtung. Die Bewerbung geht raus. Von Vanessa May an Markus-Lanz. Vielleicht wird sie die nächste Moderatorin. Ich freu mich sehr, heute an ne junge Dame begrüßen zu dürfen, die einmal von sich gesagt hat, ich bin einfach Eveline, die vom Kellnern einfach so ein bisschen ins Fernsehen gerutscht ist. Dschungel-Queen Eveline Budecki ist hier. Hallo! Oh Gott, ich hab's hierhinbekommen. Oh Gott, ich hab's hierhinbekommen. Oh Gott, ich hab's hierhinbekommen. Ich guck in dein wunderschönes Gesicht. Was hältst du da vor? Ich guck in dein wunderschönes Gesicht. Ich find dich echt toll. Ich freu mich, dass du heute da bist. Pass auf, Chantal, hier rechts von mir, die steuert hier alles. Es geht einfach los. So, das hab ich auch noch nie erlebt. Ein Joggingband, das ferngesteuert wird. Geil, ne? Das gibt's nur mal on my way. Chef, du hast einen Freund zu Hause. Dann stellt er sich dahin. Dann kannst du immer schön du von der Wohnzimmerkosche und grad die Chips, die du in der Hand wirst, schön den Freund steuern, damit er immer schön ein bisschen schneller läuft. Ja, find ich super. Weniger läuft. Einfach nur läuft. Für uns heute. Evelyn, du wirst mir heute einiges erzählen. Da kannst du dir sicher sein. Und wir machen jetzt eine Runde Speed Dating. Je schneller du antwortest, desto schneller ist es vorbei. Wie lautet dein vollständiger Name? Evelyn Maria Bodecki. Maria? Ich auch mal. Das ist ja Maria. Ja. Ach, wie cool. Dein aktueller Beziehungsstatus? Mein aktueller? Achso. Nein. Single. Single, ja. Ich hab grad überlegt. Welche Landesküche isst du am liebsten? Ich mag sehr gerne Italienisch. Oh ja. Ich mag aber auch gerne ein vegetarisches Schnitzel. Ein Wiener Schnitzel, aber vegetarisch. Hab ich noch nie gegessen. Das gibt's auch. Ist geil. Ist lecker, ja. Echt? Mit ein bisschen Ketchup. Krass. Ja, mit Ketchup geht alles. Mit Ketchup drauf. Genau. Was war dein bisher größter Erfolg? Dass ich hier bin. Oh. Diese Antwort hat ein Basel verdient. So, jetzt mal ehrlich. Ja, jetzt mal ehrlich. Also, ich glaube alles. Ich glaube wirklich, dass ich jetzt auch hier stehe. Das ist natürlich auch ein Erfolg. Und dieser ganze Weg bis hierhin, dass ich jetzt hier stehe, das war alles ein Erfolg. Mega. Alles insgesamt ist ein Erfolg. Das finde ich schön. Danke. Wie bezeichnest du deine berufliche Tätigkeit? Meine berufliche Tätigkeit ist, glaube ich, all in. All in. All in. Ja, all in. Wie kennst du dein erstes Kind? Ich finde den Namen Nora schön. Okay. Finde ich toll. Und wenn es ein Junge wird? Wenn es ein Junge wird? Noah mit H. Nora und Noah. Ja, Noah und Nora. Welchen Beruf hast du? Wenn ich das Kind rufen würde, würden glaube ich beide kommen, oder? Ja. Womit kann dich ein Mann verzaubern? Ich überlege gerade, wenn er mir vielleicht was Schönes vorsingt. Oh ja. Also was für mein Traum wäre, dass irgendwann mal ein Mann am Fenster steht mit einer Gitarre, ich runterschaue vom Fenster und er ein schönes Lied mir singt. Das finde ich super. Das ist die Vorstellung, das würde ich irgendwann mal haben. Also Männer, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ja. Über was machst du dir am meisten Gedanken? Momentan ist halt ein bisschen ein trauriges Thema, aber meine Eltern sind halt sehr alt. Und da kommt das schon oft bei mir vor, dass ich drüber nachdenke, ne? Also was ist, wenn die leider Gottes irgendwann nicht mehr da sind? Ja. Und ich bin auch viel unterwegs. Also es ist schon bei mir gerade ein emotionales Thema, weil die schon so alt sind, ja. Hast du schon mal ein Liebesschloss an eine Brücke gehängt? Ja, habe ich. Ja, ich auch. Schon das Öfteren. Ja. Wie kannst du mit Technik umgehen? Ich habe auf jeden Fall zwei linke Beine, zwei linke Füße und zwei linke Gehirnzellen. Die Technik ist bei mir nichts. Bei linke Gehirnzellen ist geil. Bei was guckst du weg? Ja, ich bin sehr herpesgefährdet. Und wenn ich irgendwie was Ekliges sehe. Oh, guckst du sofort herpes? Ja, zum Beispiel, wenn ich auf mancher Fernsehen gucke und in manchen Formaten oder Shows jemand richtig rumknutscht mit so richtig viel Spucke. Aber du warst im Dschungelcamp. Rumknutschen hat ja nichts mit dem Dschungelcamp zu tun. Ach, es geht um Rumknutschen. Ja, genau. Rumknutschen. Oder wenn dann irgendwie... Ich weiß nicht, das ist... Ah, ivo. Also, Küsse sind mir immer ganz wichtig. Wenn ich jetzt jemand... Mir ist das auch schon mal passiert, dass ich mit einem rumgeknutscht habe. Da war so viel Spucke mit dem Spiel, dass ich am nächsten einfach nur ein Herpes hatte. Oh, no. Okay. Das ist ganz schlimm. Der Kuss ist mir ganz, ganz wichtig. Ja, okay. Ein Küsse, ja. Was kannst du zu jeder Tages- und Nachtzeit essen? Oh mein Gott, alles. Alles? Pizza, Spinat. Richtig lecker. Aber die tiefgefrorene. Nicht die vom... Pizza Spinat. Pizza Spinat. Warte mal. Pizza Komma Spinat oder Spinat Pizza? Nee, Pizza Spinat Pizza. Ah, Spinat Pizza. Ja. Aber Pizza Spinat hast du jetzt nicht verstanden. Achso doch, wenn ich bestelle, sage ich auch Pizza Schinken. Ah, jetzt habe ich die. Ja, genau. Okay, alles klar. Vanessa, du brauchst Feierabend. Ja, ich brauche Feierabend. Ich brauche Feierabend. Äh, Spinat Pizza isst du? Spinat Pizza, richtig lecker, kannst du um jede Uhrzeit essen. Ach, krass. Chips natürlich. Was ich liebe, sind die Schlümpfe mit den roten Köpfen. Also mit den roten Mützen. Gummibärchen. Genau, es gibt ja Schlümpfe, die haben verschiedene Mützen, aber ich esse immer die mit den roten Köpfen. Worüber redest du mit deiner besten Freundin am meisten? Ja, natürlich über Männer, ist ja ganz klar. Aber natürlich auch über Ernährung und über Jojo-Effekte. Und über, wie sieht die Zukunft aus, wo siehst du dich so in zehn Jahren. Alles einfach. Genau, was man so macht. Du hast es geschafft. Speed dating. Das war wirklich anstrengend, Vanessa. Oh mein Gott. Oh mein Gott, aber es kommt echt nur einiges. Das ist wirklich, wow. Ich habe schon ein bisschen Schweißperlen auf der Nase. Auf der Nase, da hast du hier ein Schweißband. Wie du hast dein Schweißband? Warte mal, warte mal, warte mal. Stopp. Ben, da stoppen Schweißband. Wo ist dein Schweißband? Meine Schokolade, warte. Oh Gott. Weißt du, Schokolade am Start, aber kein Schweißband. Wenn ich gleich sehr daumen bin, dann habe ich hier meine Schokolade. Eveline. Warte mal. Okay, nochmal. Ich habe gerade gesagt. Also das habe ich dabei, ne? Das ist super. Wir stoppen extra die Laufbände für dich damit, weil ich habe das auch schon gemacht und bin da echt hingeflogen. Oh. Nicht Pause, weitermachen. Hallo. Das ist wirklich, wir müssen anstoßen, Vanessa. Du kannst, ach sehr gerne. Das ist ja hier eine Hantel, ne? Ja, geil, ne? Voll cool. Jeder erkennt das als Hantel. Ja, mega. Und dieses Geräusch beim Trinken ist einfach so komisch. Okay, pass auf. Da hinten hängt ein sehr persönlicher Backdrop, den ich gleich für dich enthüllen werde. Das ist dein persönlicher Laufhintergrund. Okay. Jeder Gast bekommt einen ganz persönlichen Hintergrund. Okay. Bitte erkenne ihn einfach. Bitte erkenne ihn. Okay. Ja, ja, bleib da. Okay, du bleibst auf dem Band. Ach so, ja. Also eins, zwei, drei. Oh wow, die New York Wall Street. Yay. Ja. Ich freue mich über Gäste. Das war ein schöner Moment. Warum welcher Moment? Ich war schon mal dort gewesen mit Stern TV. Ja, das weiß ich. Das habe ich gesehen. Richtig cool. Also ich habe da wirklich total die Freaks kennengelernt. Im positiven Sinne. Ja. Das waren so die Aktien-Gurus überhaupt. Aus Amerika. Ich habe das gesehen tatsächlich. Total nette, verrückte Menschen. Mit denen habe ich bis heute noch Kontakt. Die geben mir auch Tipps. Ja, ich wollte gerade sagen, du willst ja auch studieren. Irgendwas in die Richtung. Was reizt dich daran? Oder hast du schon wieder über Bord geworfen? Ne, also ich würde gerne. Aber momentan geht es leider nicht. Aber irgendwann vielleicht. Man sagt ja, es ist nie zu spät für irgendwas. Reizt dich es immer noch? Es reizt mich total. Also ich finde das total verrückt und unglaublich, wie man in so wenig Sekunden quasi so viel Geld bekommen kann, wenn man Glück hat und wenn man gut und schlau investiert. Also du bist, ich habe dann das Gefühl, du bist nicht so der, doch du bist ein sparsamer Typ und nicht echt der Gönn dir, oder? Ne, ich bin schon sparsam. Also ich bin schon so, dass ich Ziele habe und dass ich das Geld dann auch dahin spare. Und ich weiß immer, okay, wenn ich aufs Konto schaue, da schaue ich dann zum Beispiel jeden Morgen, wenn ich aufstehe drauf, Online Banking. Wer hat es schon überwiesen? Wer nicht? Okay, warte mal. Warte mal. Warte mal. Das ist jetzt essentiell wichtig. Ja. Ich glaube, mein Mann wird im Backstage-Bereich sowas von ausflippen. Ja, warum? Ich kenne jetzt gerade und das bist du den zweiten Menschen, der jeden Morgen bei Outback reingeht und seinen Kontostand checkt. Das ist ganz normal. Das macht eigentlich nur mein Mann. Das machen meine Gehirnzellen automatisch. Mein Mann fragt mich, machst du das nicht? Sag ich, nein. Krass. Aber dass du dein Geld sinnvoll anlegen willst, das habe ich auch schon mitbekommen, weil du hast deinen Eltern ein Haus gekauft. Genau, ich bin gerade in der Endphase. Ja, ja, eine Frage. Hast du die Renovierungsarbeiten wirklich selber gemacht, oder war das nur für sexy Baugirl, für Instagram? Also, das war mir schon wichtig, wenn ich auf die Baustelle komme, dass ich dann auch irgendwie einigermaßen aus... Das ist ja auch schön für die Bauarbeiter. Also hast du wirklich renoviert? Dann sind die motiviert. Das stimmt. Wenn dann mal eine Blondine da ganz kurz durchhuscht, dann sind die motivierter. Okay, nur durchhuschen. Du hast nicht mitrenoviert. Doch, ich habe schon ein bisschen mitrenoviert. Hast du? Ja, okay. Auch ein bisschen den, den, wie heißt das nochmal, wie heißt das nochmal? Estrich. Angemischt? Ja. Genau, den Estrich habe ich angemischt. Und ein paar Sachen. Also ich bin quasi, ich bin ja Bauherrin dann von dem Haus. Und deswegen habe ich auch die ganze Verantwortung. Mein Vater kann das gar nicht glauben. Der stand letztens an mir im Garten und meinte, Evelyn, sowas hätte er niemals gedacht, das ist wie ein Paradies. Das ist wirklich, ich kriege da jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ja, ich auch, weil es gibt nichts Schöneres, dass du deinen Eltern so etwas ermöglichen kannst. Bei mir ist das genauso. Ich habe da auch was machen können und es macht mich super glücklich. Ja, das ist, das ist halt ein Traum von mir gewesen, schon wo ich jung war. Herzlichen Glückwunsch. Weil ich mir dachte, meine Eltern Dankeschön. Wirklich? Weil meine Eltern ihr Leben lang gearbeitet haben. Und wenn ich die Chance habe, dann musst du den Eltern was zurückgeben. Die haben dich quasi, die haben dich herausgeholt. Ja, das haben sie. Ja, und jetzt die Mutter, die saß da mit Venen oder hat dich im Bauch getragen. Venen. Bring dich raus. Ja. Deswegen muss immer was zurückgeben. Das ist ganz wichtig. Das finde ich ganz toll. Du hast auf Instagram Bildunterschriften, die sich meistens reimen. Genau. Besonders auf Corona bezogen. Ja. Hast du für unsere Zuschauer, da ist deine, nein, da ist deine Kamera. Hast du für die Zuschauer irgendeinen Tipp, durch die Pandemie zu kommen? Einen Tipp. Ich überlege gerade. Corona, Corona, du schwieriger Wind, geh weg und das geschwind. So. Nehmt euch das alles zum Herzen, das Ding wird verschwitten wie der Wind. Und dann ist alles wieder gut. Nein, aber positiv bleiben ist glaube ich das Wichtigste in dieser Zeit. Das ist wichtig. Weil man kann ja nichts anderes machen, oder? Ja, voll. Also wenn du dann irgendwie traurig bist darüber durch die Situation. Ja, das ändert es ja nicht. Ändert es ja nicht. Du musst mir meine Lieblingsgeschichte erzählen. Ja. Nämlich das Kannabenteuer mit Leonardo DiCaprio. Ach so, ja, das war wirklich sehr schön. Das hätte ich glaube ich auch mit 90 noch dran denken. Was habt ihr gemacht? Ihr habt gefeiert und zwar tagelang. Genau. Was ist da wirklich passiert? Also wir haben gefeiert. Es ist nichts passiert. Nicht, dass du denkst, dass da irgendwas anderes passiert ist. Das ist nicht schlimm. Ne, also ich war feiern, ich war tanzen. In Cannes. In Cannes, genau. Auf den Filmfest spielen. Okay. Und ein guter Freund von mir ist sehr gut mit dem Klugbesitzer. Ja. In Cannes. In Cannes. Ja. Geschwitzt, fettig, gar nicht so wie im Fernsehen. Und dann haben wir mit ihm gefeiert und haben noch eine After-Hour-Party gemacht. Die war total cool. Und da waren alle, da war auch Spiderman. Ach, Tobey Maguire. Oder habt ihr da gepennt? Ja, wir haben ein bisschen geschlafen da. Warte mal, ihr habt ein bisschen geschlafen? Ihr habt da auch noch gefrühstückt? Dann hab ich zu ihm gesagt, weil ich war ja damals schon Vegetarierin. Mein Englisch ist halt immer noch nicht so perfekt und damals noch unperfekter. Da hab ich zu ihm gesagt, I eat not pets. Und dann hat er sich kaputt gelacht, weil Pets sind ja Haustiere. Und ich wollte ihm aber sagen, ich esse kein Fleisch. Aber er hat dich verstanden. Hat dich verstanden, ja. Geil. War cool. Du hast mir was voraus. Du hast Fachabitur. So weit habe ich es nicht geschafft. Ja. Und man nennt dich auch The Brain, weil du A sogar bei, wie heißt die Sendung nochmal hier, die Deutschen gegen Evelyn Bodecki. Achso, wer wird schlauer als Evelyn Bodecki? Der hat gegen Günther Joch gewonnen. 54 Prozent. Gegen Günther Joch gewonnen und gegen Deutschland gewonnen. Krass. Glückwut. Dankeschön. Das war wirklich so in meiner ganzen Fernsehkarriere. Also war das dann das Highlight. Das hat so gut getan. Wie warme Semmel ist das runtergegangen. Ja, aber findest du dein Fritzname The Brain cool oder nicht so? Tja, finde ich okay. Was ist ja eigentlich ne... Ja, eigentlich ist das Positives. Ist das ja ein Kompliment? The Brain. Du kannst dein Brain auch jetzt unter Beweis stellen. Wir spielen jetzt nämlich. Okay. Und zwar Face Swap. Hast du schon mal gehört? Nee, noch nie. Pass auf. Hatte noch nie gesehen. Das Band wird auch noch doppelt so schnell. Deswegen heißt das ganze Doppeltime. Ja. Und unsere Redaktion hat mal wieder Schöpfer gespielt und hat verschiedene Promis zu so Mischwesen verunstaltet. Und du musst erraten, welche Promis es sind. Und wenn du ne Geschichte dazu hast, kannst du es gerne erzählen. Okay, los geht's. Ah, ja klar. Der Doc. Dr. Bob, mein Schatz. Den liebe ich. Und wer noch? Amira Pocher. Aber die sieht ein bisschen aus. Ja man, es ist. Amira, stimmt. Ja. Ja, okay. Zu deinem Doc brauchen wir nicht viel sagen. Den findest du toll. Super. Ja? Ja. Und Amira? Auch super nettes Mädel. Und die liebe ich auch. Ja? Beide. Next one. Ah. Nee. Ach ja. Verona Poot. Ja, hab ich jetzt auch gedacht. Aber wegen der Kette. Das ist Verona Poot. Ja, aber eher der andere. Der rechts ist Verona Poot und links ist jemand anderes. Ach ja. War das Bächler? Das ist ja der Mensch. War das Bächler? Das ist der Bächler. Warte mal, du warst doch der Bächler. Ich war auch bei ihm in der Staffel und er hat mich nach einer Minute rausgeschmissen. So fing meine Karriere an. So. Und du bist hier. Und er nicht. Du wirst doch nie hier sein. Brauenpower hier. So. Nee. Ja. Ralf Schmitz. Ja und wer noch? Oh. Greta Thunberg. Genau. Greta Thunberg. Hast du dich schon mal getroffen? Nee, noch nie. Was ist dein Bezug zu ihr? Vorbild? Ähm. Nicht Vorbild, aber ich finde das geil, dass sie in so jungen Jahren so selbstbewusst durchs Leben geht, obwohl sie so viel Hate bekommt. Das muss man mal können. Manche können das auch in älteren Jahren nicht und sie ist so jung und so stark. Das stimmt. Und was hast du mit Ralf zu tun? Ja, mit Ralf. Warst du auch bei... Bei Take Me Out war ich ja auch. Nein! Wann warst du da? Das war sogar vor dem Bachelor. Oh mein Gott, hab ich gar nicht mehr bekommen. Ja, das fand ich ja so lustig, weil... Bist du da auch noch eine Minute rausgegeben worden? Nee, da gab es ja pro Runde ein bisschen Geld. Da wollte ich natürlich bis zum Ende bleiben. Geld? Ja, natürlich. Oh, Runde. Oh, Runde? What? Next one. Ah, Lambi! Lambi! Die Serie Nick? Nee. Die Serie Nick vielleicht? Nee. Lambi! Ah, Erika! Bessin! Ja! Yes! Das ist so schnell! Yes! Ja gut, Joachim, Let's Dance. Joachim aus Malzahn, das ist ja lustig. Hast du eine besondere Verbindung zu beiden? Ja klar, also Joachim kennst du ja auch von Let's Dance. Das war schon immer cool, weil am Pult muss er ja auch der Strenge quasi sein. Jetzt sag nicht, dass er hinter der Bühne so nett zu dir war. Doch, also hinter der Bühne haben wir uns immer krachen gelassen. Da kennst du ja auch bestimmt das Savoy Hotel, oder? Ja, natürlich. Da waren wir nach Let's Dance, dann immer die geilsten Partys da. Und dann hat man dann auch immer einen getrunken und das ganze Tanzen vergessen. Ja. Das war schon ganz cool. Das ist ja oft so. Die Strenge sind immer die Liebsten. Das stimmt. Wir haben es geschafft! So, das was dir gerade angerichtet wird, meine liebe Sister from another mister, sind die Shorts, auf die du dich den ganzen Tag schon gefreut hast. Du isst jetzt nicht wirklich, oder? Hey, hey, hey. Jetzt geht's los. Das war jetzt schon zu viel. Und ich esse zu viel. Wenn ich anfange zu schwitzen und dann noch nachdenken muss, dann... zwei von diesen rosa Dingern. Nö, aber ich kann hier gerne eins abgeben, wenn du möchtest. Echt? Darf man das so, dass das ohnehygiene ist? Okay. Oh, was ist das denn? Ist lecker, oder? Ich kann nicht... Können wir kurz Pause machen? Boah, das schmeckt so gut. Gut, ne? Erzähl. Willst du spielen? Never have a ever. Mhm. Ups. Wickelt sich das in das Laufband ein? Sorry. Verdammt. Schieb mal rein, dann können wir spielen. Mhm. Hast du reingeschoben, Vanessa? Ja. Ja. Okay. Ich glaube, ich schieb mir noch ein Stück rein. Ähm, doch. Ich hab mir schon mal die Lippen schon geschminkt. Nur die Lippen? Ich hab mich schon komplett geschminkt im Auto. Ja, immer halt eine Hand am Lenkrad. Warte mal, du fährst dabei. Ach so. Trink! Ich war wenigstens nebendran. Ja, ich glaub, ich nehm erst mal... Es ist egal, welchen du nimmst. Du musst alle trinken. Oh, lecker. Mhm. Mhm. Aber so stark war der jetzt auch nicht. Mhm. Scheiße, das ist scharf, Leute. Lecker. Es geht so richtig hier schön runter. Man merkt, es ist was Gesundes und man tut was durchs Immunsystem. Und man fühlt sich einfach gut. Ich liebe es. Warte mal. Geht's, Vanessa? Mhm. Nee. Das kann ich nicht. Ich wurde leider mal verarscht. Oh nein. Von meinem Vater. Nein. Das nehm ich ihm bis heute übel. Was hat er gemacht? Wir haben in Polen einen riesengroßen Bauernhof. Ja. Da läuft alles rum. Ja. Von Enten, von Gänsen bis Kaninchen und alles, was es gibt. Und wir hatten ein Lieblingskaninchen, ich und meine Schwester. Und dann haben wir abends was gegessen. Wir wussten aber nicht was. Ja und dann kam heraus, dass wir gerade unser Lieblingskaninchen gegessen haben. Ach das ist scheiße, Opa. Das ist scheiße. Bis Papa. Opa, Papa. Wenn ihr das hört, dann kommt ihr hin und läuft mit ihr auf dem Laufband. Nein, nein, nein. Nicht Opa, Papa. Ich habe direkt. Nein, Papa, das war nicht gut. Dann nehme ich mal noch einen Ingwer. Die freut sich darüber, hey. Das geht gar nicht. Next one. Da muss ich ehrlich zugeben. Ja, aber das hat nicht damit zu tun, dass ich will. Nee, ich war im Stress. Wenn man manchmal im Stress ist, vergisst man das. Weil sonst lege ich immer irgendwie einen Fünfer oder so aufs Kissen. Trinket. Ja. Ansonsten. Boah, das ist aber echt ekenhaft. Herzlichen Glückwunsch, den hatte ich nämlich gerade. Ist das gerade Tomatensaft? Ja, und noch was anderes. Trink. Da habe ich auch eine Lust für die Geschichte zu. Zu Tomatensaft. Ich hatte mal ein Date. Wo war das gewesen? Ich glaube auf den Kanaren. Genau, auf den Kanaren. Da hatte ich ein Date, da bin ich hingeflogen. Und ich hatte komplett weiße Sachen an. Also an dem Tag sah ich wirklich geil aus, wenn man das so von sich selber behaupten darf. So, ich habe mich ins Flugzeug reingesetzt. Es hieß Landing. Also es wird jetzt gelandet. Und dann wollte ich noch einen Tomatensaft trinken, weil ich gehört habe, da kriegt man noch einen schönen Glow im Gesicht. Ja, was passiert? Wipps! Alles auf mich komplett drauf. Und dann konnte ich auch nicht auf Toilette und dann bin ich halt so rausgegangen. Wenn du auf Toilette hättest können, was hättest du gemacht? Ja, ein bisschen abwischen, aber geht auch nicht. Dann sieht es aus wie verschmiert von Toilette. Peinlich, ja. Aber mit dem Boot dann auch nichts. Naja gut. Aber jetzt landet er hoffentlich in deinem Bauch. Das schmeckt ja wie Ketchup. Das ist hart. Das riecht wie... Nein, 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 nein. Ich nehme das andere. Du musst den aber noch trinken. Warum? Kann ich nicht einen anderen nehmen einfach? Nein, die werden alle weggetrunken. Ja, okay. Dann nehme ich erstmal den. Am Ende das ekligste. Das würde ich dir nicht empfehlen. Das ist aber lecker. Richtig gut. Am Ende beim Schlusssprint, hallo. Okay, next one. Das war jetzt gut. Eieieiei, doch, klar. Oder bist du eher die, die hungert? Ähm, ich bin eher die, die hungert. Nee. Wenn ich Liebeskummer habe, dann nehme ich ab. Boah, herzlichen Glückwunsch. Ich war damals so dünn, dass ich dachte, das ist schon zu dünn. Mein erster Liebeskummer war so schlimm. Da hatte ich sogar, glaube ich, mal Bauchmuskeln, die sehbar waren? Sehbar. Sichtbar. Sichtbar waren, genau. Boah, du bringst mich so durcheinander, dass ich selber bin. Das ist richtig heiß. Schön, dass du abnimmst bei Liebeskummern. Ja. Next one. Ich hab tatsächlich noch nie Blut geschmiert. Du? Scheiße. Also müssen wir jetzt trinken? Nee, wir müssen trinken. Ach so, super, super. Den hätte ich gern getrunken, aber das haben wir noch nie gemacht. Das gab's schon mal, ja? Nee, ich nicht. Ich war immer irgendwie vorher weg, weil ich wusste, das Licht geht an und dann sieht man ja das wahre Gesicht. Und wenn man verschwitzt ist und feiern ist, dann... Aber komm, du hast es schon mal erlebt, dass das Licht angegangen ist. Nee. Trinken. Oh Mann. Okay. Ich muss nicht. Ich kenne jetzt die Tricks hier. Mh. 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 Also ich muss sagen, das schmeckt, aber das... Leute, was sind das für Stückchen hier drin? Das ist wirklich ekelhaft. Warte mal, jetzt hört's aber wirklich auf. Was ist das? So, wir haben's geschafft. Jetzt kommt folgendes. Super, ja. Schlusssprint. Schlusssprint. Das wird schnell jetzt, ne? Das wird sehr schnell, meine Liebe. Okay. Bist du ready? Komm, schlock nochmal runter. Nach so vielen Shots bin ich erst mit. Ich bombardier dich jetzt mit knackigen Fragen und du plapperst einfach drauf los. Das ist also das, was du echt super kannst. Und nach 75 Fragen stoppt das Band von alleine. Okay, nach 75 Fragen. Nein. Komm, los geht's. Okay. Let's run. Also, je schneller du bist, desto schneller sind wir fertig. Mach schnell das Ding schon. Alles klar. Aber bitte keine Slow-Emojis, ja? Wegen... Slow was? Slow-Emojis nennt man das so? Slow-Motion? Genau. Slow-Emojis ist auch geil. Okay. Machst du mit oder ohne Kohlensäure? Ohne. Schmuggelst du Fressalien ins Kino? Was sind Fressalien? Zum Fressen. Ja. Süßigkeiten. Klar. So ne gemischte Tüte oder so? Wirst du leicht unterschätzt? Ja. Das ist manchmal aber auch ganz gut. Ja. Fellhaustier oder Federhaustier? Fellhaustier. Kontrollierst du Kassenbongs immer auf Richtigkeit? Sag jetzt nicht ja. Ab und zu. Kommt auf den Betrag an. Oh mein Gott. Bist du eine Sexbombe? Definitiv ja. Kann ich nicht beantworten? Weise. Mitte. Mittel. Dr. Bob oder Dr. Biber? Dr. Bob. Wer ist Dr. Biber? Kennst du nicht mehr Dr. Biber? Nee. Mit diesem wo du nicht an den Rand, wo du so Gegenstände rausholen musstest aus dem Körper bei der Operation. Und du nicht an den Rand. Dr. Bob. Oh Mann. Das war voll toll. Geschirrspüler oder Hand abwaschen? Mein Geschirrspüler ist kaputt, deswegen aktuell Hand waschen. Benutzt du ein Sparschwein? Nein. Lotzo Gewinn oder Liebe deines Lebens? Liebe des Lebens. Krümelst du im Bett? Was meinst du? Krümelst du im Bett? Ja. Ja, klar mir nicht. Da findest du immer ein paar Tschüssi-Pizza-Stücke oder irgendwas findest du da immer bei mir. Markenartikel oder No-Name-Produkt? No-Name. Bist du sympathisch? Bist du schnell beleidigt? Nö. Lieber Sneaker oder High Heels? Schon ein bisschen mehr, weil ich hab ein bisschen x Beine. Hast du? Ja, und wenn ich ein bisschen mehr anziehe... Stimmt, ja 6. Dann sind die auch beim Laufen extrem. Krass. Und dann ziehe ich lieber ein bisschen höher an, damit das Bein gerade aussieht. Ja. Hast du alle Fragen ehrlich beantwortet? Ja. Dann hast du die Glückwunsch. Jaaaa! Wuhu! Mein Gott, die Frau hat Energie. Wuhu! Wuhu! Oh, das tut mir gut. Ich glaub, ich komm jetzt jeden Tag vorbei. Vanessa, bei dir? Das ist ja, man hat gezwungenerweise Sport gemacht. Ja. Ja. Was Besseres gibt's ja gar nicht. Nee. Bitte lag nicht öfter ein. Die Maffeln! Ich kann nicht mehr. Bitte von den Pfirsich, oder ich weiß nicht was es war, von Ingwer und von denen dann bitte ganz viele hinstellen bei mir. Ich glaub's nicht. Finde ich gut. Gibt's irgendwas, was ich dich hätte fragen sollen? Dann ist jetzt dein Moment es mir zu erzählen. Das ist deine Kamera. Nein, das. Oh, ich überleg gerade. Gibt es etwas? Ich hoffe, dass wir alle weiter durchstehen in dieser schrecklichen Situation und Zeit. Und deswegen alle von draußen. Bald ist es vorbei und haltet alle durch. Ganz ehrlich, du hast einen neuen Fan. Ich find dich super. Ja. Ich find dich feiern. Danke schön. Danke, danke. Danke, dass du da warst. Oh, Scheiße. Das musste dir jetzt auch passieren zum Ende hin. Oh, sorry. Tschüssi. 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 Mama ist gar nicht, wo man hingucken soll. Das war's für heute. Schreibt mir unbedingt, wie es euch gefallen hat in die Kommentare. Ich lese die auch wirklich wahr. Oder für mehr Clips meiner sehr ungemütlichen Show klickt einfach hier oder hier. oder abonniert den SWR Schlager Channel auf YouTube, Instagram und Facebook. Das war's auch schon. Macht's gut oder besser, eure Vanessa.